Servus Monika, was machst denn du da? Ja Fabian, hallo, setz dich her! Ja Fabian, ich wollte dir aber eh was fragen. Jetzt ist bald Winter, wie schaut es denn aus mit dem Eislafen in Verlach? Als Gemeinde schaffen wir diesen Winter das erste Mal kostenlos und regelmäßig Eislaufmöglichkeiten in der Eishalle in Verlach. Ach so, echt? Ja, was heißt das jetzt? Wie oft können wir dann Eislafen gehen? Jedes Wochenende, von Mitte November bis Mitte März, kann man Eislafen. Ok, und was ist dann mit den Weihnachtsferien und den Semesterferien? In die Semesterferien und die Weihnachtsferien kann man jeden Tag Eislafen. Ja und wo findet ihr jetzt die genauen Tage und die genauen Zeiten? Auf der Webseite der Stadtgemeinde Verlach, auf der Webseite der Eishalle Verlach und wöchentlich werden wir euch informieren auf allen Social Media Kanälen der SPÖ Verlach. Wir wünschen euch viel Spaß beim Eislafen!